Man sollte ja auch jeden Tag durchaus wenigstens ein Tier mal anfassen. Das öffnet das Herz. Insofern könnte man also den ganzen Tag blaue Kaninchen streiten. Kein anderer Zoo außerhalb von Tschechien hält die. Selbst in ihrem Herkunftsland werden die nur in zwei Zoos gehalten. Und da waren wir natürlich ein bisschen scharf drauf und haben gesagt, das hätten wir auch gerne. Und da waren wir natürlich auch gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.